Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Baramonion Air. Heute wollen wir euch das Modul Managed Software näher bringen. Mit Managed Software habt ihr die Möglichkeit, Software, die von uns paketiert wird, zu verteilen und upzudaten. Hierzu wechseln wir in die BMC. Im Management Center wechseln wir unter den Reiter Software. Hier finden wir den Punkt Managed Software, welchen wir ausklappen können. Sobald diese ausgeklappt ist, finden wir den Punkt Produkte. In Managed Software haben wir zwei Varianten. Einmal die Managed Software Free und einmal die Managed Software Standard. Managed Software Free enthält die Baramundi-Produkte und alle Komponenten, welche für die Baramundi-Produkte notwendig sind. Bei Managed Software Standard sind alle Produkte enthalten, welche wir bereits für euch paketiert haben und welche ihr verteilen könnt. Nun wollen wir euch zeigen, wie ihr Managed Software nutzen könnt. In unserem Beispiel nehmen wir den Google Chrome, welchen wir verteilen möchten. Hierzu wechseln wir auf den Google Chrome, nehmen die X64-Variante und geben eine ältere Version frei, da wir nachher einen Update-Job mit Managed Software verteilen möchten, um euch zu zeigen, wie man das Ganze auch updaten kann mit Managed Software. Als erstes klicken wir auf die Version, welche wir verteilen möchten, klicken auf das Freigabe-Level setzen und klicken auf Freigeben. Nun sehen wir am betroffenen Produkt ein kleines gelbes Zeichen. Dieses bedeutet, dass die Software noch nicht heruntergeladen ist. Um das Ganze zu beschleunigen, können wir per Rechtsklick Download-Jobs erstellen. Dann wird dieser Download-Job für dieses Produkt direkt eingereiht und heruntergeladen. Sobald der grüne Haken am Produkt sichtbar ist, könnt ihr dieses verteilen und es wurde erfolgreich heruntergeladen. Dazu klickt ihr auf das Produkt mit Rechtsklick, klickt auf Installations-Job anlegen und nun wird das Fenster für eine Installation geöffnet. Hier entfernen wir den vorgefertigten Namen und geben unsere eigene Benahmung ein. Klicken auf Weiter, auf Weiter, auf Fertigstellen. Paramundi wechselt dann eigenständig in den Installations-Job für Google Chrome. Diesen können wir nun über Jobs zuweisen, direkt auf unseren benötigten Client zuweisen. Klicken auf Zuweisen und nun wird der Installations-Job für Google Chrome ausgeführt. Wir wechseln dennoch wieder zurück in die Software. Generell ist es von uns empfohlen, einen Installations-Job auf Produktlinien-Ebene durchzuführen. Hierzu klickt ihr auf die Produktlinie und legt dort einen Installations-Job an. Sobald dieser angelegt ist, wird immer die neueste Version von Google Chrome installiert und nicht eine spezifische Version. Möchtet ihr nun bestimmte Parameter mitgeben, die bei Google Chrome oder bei anderer Software genutzt werden soll bei der Installation, klickt ihr auf das Produkt, klickt auf Bearbeiten, Konfigurierbare Parameter und dort sind vorgefertigte Parameter vorhanden, welche wir direkt mitgegeben haben, die bei der Software benötigt werden können. In unserem Beispiel setzen wir einfach die Startseite auf www.baramundi.com. Klicken auf Übernehmen. Sofern nun der Google Chrome verteilt wird mit Baramundi über Managed Software, wird als Startseite immer baramundi.com genutzt. Wir klicken auf OK und haben nun unsere konfigurierbaren Parameter gesetzt. Diese sind von Software zu Software unterschiedlich und müssen getestet werden. Ebenso ist eine Erklärung hierzu im Forum bei dem jeweiligen Produkt vorhanden. Nun wechseln wir wieder auf unseren Client, auf welchen der Google Chrome Installations-Job gelaufen ist. Hier sehen wir, dass der Google Chrome nun in der Version 1.0.7 installiert wurde. Wir möchten aber natürlich aus Sicherheitsgründen immer die aktuellste Version haben. Hierzu wechseln wir dann unter Jobs und erstellen einen neuen Managed Software Job. Managed Software, Scan und Update. Klicken auf Weiter, klicken auf Managed Software aktualisieren und hier haben wir die Möglichkeit zum Inventarisieren und Aktualisieren. Ebenfalls haben wir auch eine Aktualisierung ohne Inventarisierung oder nur die Inventarisierung. Wir wollen aber, dass beides durchgeführt wird, die Inventarisierung und die Aktualisierung. Klicken auf Weiter. Unter dem Punkt Filter habt ihr die Möglichkeit, bestimmte Produkte einzugrenzen. Wenn die Liste leer ist, werden alle Produkte aktualisiert. Sollte hier nur eine bestimmte Software drinstehen, wird nur diese aktualisiert. Wir klicken auf Weiter, auf Weiter, Fertigstellen. Nun haben wir unseren Managed Software Scan und Update Job erfolgreich erstellt. Wenn wir nun unseren MSW Scan und Update Job zuweisen würden, würde nichts aktualisiert werden. Warum nichts aktualisiert wird, zeige ich euch nun. Hierzu wechseln wir wieder unter den Bereich Software. Unter Google Chrome haben wir nur die installierte Version 1.07 freigegeben. Um nun einen Update Job fahren zu können, müssen wir die neueste Version freigeben. Um den manuellen Aufwand gering zu halten, setzen wir und beziehungsweise empfehlen wir immer, das Standardfreigabelevel auf die Produktlinie zu setzen. Hierzu klicken wir auf Freigegeben, wenden das Ganze an und nun haben wir immer die neueste Version freigegeben. Sobald vom Managed Software Team eine neue Version released wird, wird diese automatisch dann freigegeben. Nach Abschluss des Download Jobs wechseln wir wieder auf unseren Client und weisen uns den Update Job zu. Und sobald dieser gestartet wird, sehen wir, dass Google Chrome geupdatet wird. Nun wurde die Inventarisierung erfolgreich abgeschlossen. Nun sehen wir am Job direkt, dass als zweiter Jobschritt Google Chrome installiert werden soll. Wie wir sehen, wurde nun erfolgreich Google Chrome geupdatet. Ein weiterer Punkt, welchen ich euch zeigen möchte, ist die Freigabe wieder zu entziehen und die Tippbereinigung. Hierzu wechseln wir wieder in den Bereich Software. Sehen nun an unserem Beispiel Google Chrome, dass wir die Version 107, die wir als erstes installiert hatten, noch freigegeben haben. Hierzu klicken wir wieder mit Rechtsklick auf das Produkt, klicken auf Freigabelevel setzen und klicken auf nicht freigegeben. Nun haben wir die Freigabe entzogen für dieses Produkt. Dementsprechend können wir nun auch die Daten, die auf den DIP liegen, wieder löschen. Hierzu müssen wir im Bereich nur nach unten scrollen und kommen zu den Einstellungen von Managed Software. Hier haben wir die Möglichkeit, den DIP zu bereinigen und die Simulation zu starten. Nach unserer Simulation sehen wir nun, dass Google Chrome nicht mehr vorhanden bzw. genutzt wird und dementsprechend ist es löschbar. Nun können wir die Bereinigung starten und sehen nun, dass eine Datei gelöscht wurde, in unserem Fall der Google Chrome. Zwei weitere Punkte, welche ich euch zeigen möchte, sind die ausstehenden Downloads. Unter den ausstehenden Downloads habt ihr die Möglichkeit zu sehen, falls ein Download einer Software nicht funktioniert hat. Hierzu löscht ihr dann einfach die ausstehenden Downloads heraus und versucht den Download erneut. Gesperrte Aktualisierung bedeutet, ihr könnt an einem Produkt, in unserem Fall nehmen wir einfach den Zoom, dort unter alle Aufgaben Aktualisierung sperren setzen. Hier könnt ihr dann einen Client auswählen und für diesen Client ist dann die Aktualisierung für Zoom gesperrt. Hier kann man noch einen Grund hinterlegen, warum die Aktualisierung für diese Software gesperrt ist. Man klickt auf OK und nun seht ihr unter Gesperrte Aktualisierungen, dass für den Client Video ZL01 die Software Zoom als Aktualisierung gesperrt ist. Nun haben wir Managed Software erfolgreich eingeführt. In der Beschreibung findet ihr eine Liste für alle Managed Software Produkte und eine Auflistung aller Produkte, welche einen eigenen Download für Software benötigen. Solltet ihr Fragen hierzu haben, wendet euch gerne an uns im Support. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.